Die Break-Even-Falle bei Altcoin Investments erklärt. Falls du in Altcoin investiert bist oder glaubst, dass du in Altcoin investieren solltest, ist das hier ein essentielles und ganz, ganz wichtiges Video, weil ich erkläre dir hier einen wichtigen Punkt, den viele Investoren bis heute noch nicht verstehen. Los geht's! Ja, auf YouTube wird dir immer wieder gesagt, du brauchst ein breites Altcoin-Portfolio, du sollst diversifizieren, weil man soll nicht alle Eier in einen Korb legen. Hört man so aus der traditionellen Finanzwelt, glaubt man auch, bei den Kryptowährungen umsetzen zu müssen. Vielleicht ganz vorneweg. Altcoins bedeutet, Bitcoin ist die erste Kryptowährung und alle anderen, die danach gekommen sind, sind die Alternativen, die möglichen Alternativen, deshalb die Altcoins. Und wenn du eben in solche Altcoins investieren möchtest, dann ist es typischerweise so, dass natürlich die Leute auf YouTube gehen, sie schauen, was soll ich investieren, kriegen hier verschiedene Tipps. Ich nenne sie mit das YouTuber-Portfolio, wenn du mir auch schon länger folgst, dann hast du das auch schon mehrmals gehört. Ich will das auch nicht zu lange und breit treten hier. Aber es ist wichtig, dieses YouTuber-Portfolio, bestehend aus Ripple, aus Solana, aus Cardano, aus VeChain, aus Stellalumen und so. VeChain, habe ich glaube ich schon gesagt. Einfach diese Altcoins, die man auf YouTube immer wieder hört, die brauchst du alle nicht. Und hier gibt es einen riesigen, riesigen Fehler, den viele nicht verstehen. Vielleicht auch du nicht. Und das ist auch vollkommen normal. Ich habe diesen Fehler am Anfang auch gemacht, nicht verstanden, den ich dir gleich zeige. Und ja, man lernt das halt nicht anders. Und auf YouTube erzählen sie dir halt einfach den grössten Quatsch, weil sie oftmals, sagen sie, diese Influencer, auch gar keine Erfahrung haben, respektive das gar nicht wirklich verstehen. Ganz kurz, bevor ich tiefer einsteige. Ja, mir ist klar, mit Altcoins kann man Geld verdienen. Und ich bin auch nicht dagegen. Du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Brauchst es nicht zu kommentieren. Ich habe mit Solana, weiss ich was, verdient. Dann herzlichen Glückwunsch. Um das geht es hier in diesem Video nicht. Ich nehme nämlich das Beispiel von Ripple. Aber man könnte es auch auf Solana und andere Altcoins anwenden. Aber wir nehmen hier ein ganz klares Beispiel, was ich dir hier in diesem Video mitgeben möchte. Und wir nutzen dafür Ripple. Warum? Ripple hat auch eine sehr, sehr starke Community. Alle schreien auf YouTube. Ja, Ripple, das wird wieder kommen. Das ist für die Banken. Die Banken werden das nutzen. Und internationales Zahlungssystem und so weiter. Diese Sau, die wird schon seit Jahren durch das Dorf getrieben. Und bis heute hat es Ripple nicht geschafft. Der XRP-Token macht auch keinen Sinn. Aber es ist ein anderes Thema. Ich möchte dir jetzt genau zeigen, was ich meine mit der Break-Even-Falle bei den Altcoins. Ich habe dir hier mal den Ripple-Kurs eingeblendet von 2000. Ja, ein bisschen vor 2018. Das ist der grosse linke Peak da. Das absolute All-Time-High bei Ripple. Und dann siehst du da bei ungefähr 2021 wieder so einen Peak, der ein bisschen weniger hoch ist. Und jetzt sind wir ganz auf der rechten Seite im Juli 2024. Das ist die Zeitachse auf der X-Achse. Und Y, wie gesagt, die Preise sozusagen von Ripple. Und ich habe dir hier zwei Stellen markiert. Einmal den Peak von 2018 bis heute ist der Kurs um 87% roundabout, je nachdem, wenn du das Video hier schaust, aber ungefähr 87% vom All-Time-High eingebrochen. 2021, in diesem Bullrun, hat es Ripple nicht mal geschafft, sein altes All-Time-High zu übertrumpfen sozusagen. Und von diesem Zeitpunkt an sind wir bis heute minus 75% im Minus. Das wäre schon mal eine absolute rote Flagge für mich für dieses Investment. Wenn in einem zweiten Bullrun der erste Bullrun der Preis nicht überschrieben wird, dann kannst du dieses Investment aus meiner Sicht einfach vergessen. Aber auf das will ich gar nicht eingehen, sondern auf diese 87% Verluste. Seit dem All-Time-High stand heute, als ich das Video aufnehme. Weil auf Social Media sagen sie immer wieder, du musst nur halten. Ripple wird durch die Decke gehen und du wirst dann sicherlich wieder Break-Even kommen. Break-Even bedeutet, du wirst wieder, wenn du zum Beispiel am dümmsten Zeitpunkt gekauft hast, was viele gemacht haben, melden sich auch viele bei uns im Erstgespräch, vielleicht nicht perfekt auf dem All-Time-High bei Ripple, aber ziemlich hoch, weil ja alle geschrien haben auf YouTube, du musst das unbedingt kaufen. Und Break-Even bedeutet, dass man diesen Preis wieder erreichen will. Weil oftmals haben die Leute natürlich Angst, in Verlust zu verkaufen. Das heisst, Verluste zu realisieren. Und das ist genau das grosse Problem. Weil die grosse Frage ist ja, wie kommst du von minus 87% wieder auf die 0%? 0% Break-Even, dass du keine Verluste hast. Wie einfach ist das? Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, Marc, was steht es dir für eine komische Frage? Aber überleg dir mal, wie viel Rendite brauchst du, um von minus 87% wieder auf 0%, sprich auf deinen Einsatz zu kommen. Und ich habe das hier jetzt einfach anhand vom Ripple-Beispiel genommen. Das kann auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr sein. Aber überleg dir mal ganz kurz, wie viel Rendite brauchst du? Wie gesagt, von links 3,40 Dollar Ripple All-Time-High auf ungefähr 0,44 Dollar runter, minus 87%. Wie viel braucht das Video von 0,44 Dollar pro XRP-Token, auf diese 3,40 Dollar zu kommen, wo du vielleicht dazu mal investiert hast? Zum dümmsten Zeitpunkt. Kann ja sein. Fragezeichen, grün, dargestellt. Wie viel Rendite? Ich kann mich nur wiederholen. Kannst gerne mal das Video stoppen, dir überlegen. Sind es vielleicht 87%? Bin ja 87% im Minus, dann brauche ich wieder 87%, um nach oben zu kommen. Weil das ist nämlich genau der Fehler, den viele machen und sich überlegen, ja, ich brauche ja gar nicht so viel, das ging schnell runter, dann geht es sicherlich auch wieder schnell nach oben. Und genau das ist der Fehler. Du brauchst nämlich satte 672% oder ein 7,7x, eine 7,7x-Verfachung von dem aktuellen Preis, damit du wieder break-even wirst. Du musst dir einfach mal überlegen, was für eine massive Rendite du hier brauchst. Und ja, mir ist vollkommen klar, wenn du in einem kleinen Altcoin drin bist, der nur eine Marktkapitalisierung hat von 2, 3, 4, 5 Millionen, dann braucht es ein paar wenige Dollar, die sozusagen in diesen Markt reinfließen, dann um hohe dreistellige Prozente rauszuholen an Rendite. Aber wenn du dieses YouTuber-Portfolio hast, Solana, Ripple, Cardano, wie sie alle heissen, die grossen Layer-1-Chains oder die grossen Altcoins, die sind mehrere hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden gross. Und im Fall von Ripple definitiv nicht nur Millionen, sondern dann sind wir viel, viel höher in der Marktkapitalisierung. Da muss viel, viel mehr Geld reinfließen. Ja, nicht eins zu eins, was die Marktkapitalisierung sozusagen jetzt darstellt, aber da muss extrem viel Geld reinfließen. Und das ist genau der Punkt. Wenn du jetzt einfach sagst, ich halte fest an diesem Investment und ich brauche dieses 600-irgendwas-prozentige Renditeversprechen quasi oder ich muss das rausholen, wirst du das wirklich rausholen? Wird wirklich ein Investment, das nicht mal sein letztes All-Time-High gebrochen hat, diesen Pump sehen? Und weil das Investment schon so gross ist, wie viel Kapital da wirklich reinfließen muss, gibt es nicht bessere Investments, sollte ich eventuell nicht mein jetziges Investment im Minus verkaufen und dieses freigewordene Kapital besser, effizienter umschichten und neu einsetzen. Doch genau das ist der Punkt. Genau das sollte man machen und solltest du lernen. Ich kann dir das nur vehement ans Herzen legen, abwarten und nicht Verluste zu realisieren, wenn das Investment tot ist. Dann wirst du noch viel, viel mehr Geld mit den Kryptowährungen verlieren oder noch mehr ins Minus gehen, als du vielleicht jetzt schon mit deinem Altcoin-Portfolio bist. Und der nächste Punkt ist ja, oftmals sind diese Altcoin-Portfolios, das sind kleine Investmentanteile, weil du ja aufsplittest, dein gesamtes Vermögen in verschiedenste Investments investierst und überall bist du nur ein bisschen drin und wenn dann eines vielleicht trotzdem eine höhere Rendite wieder hinkriegt, ja dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du vielleicht aus 5'000 hast du dann 20'000 gemacht. Ist zwar nice, aber wo bringt dich das hin? Anstelle, wenn du das Gesamtkapital, vielleicht hast du in 10 Altcoins investiert, 10 mal 5'000 machen 50'000, davon gehen 8 schief, einer so lala, einer durch die Decke, hättest du nicht besser alles konzentriert auf ein Investment, was du kontrollieren kannst oder auf eine Investmentstrategie, die du kontrollieren kannst, wo du überrendet herauskriegst. Wäre viel intelligenter, denk mal darüber nach. Ja und ich sehe jetzt schon wieder die ganzen Kommentare, Hate-Kommentare und du hast keine Ahnung und ich habe mit Solana so viel Geld verdient und so weiter und so fort. Lass es einfach sein, ich habe hier so viel Erfahrung gemacht, selber persönlich mit meinem Geld. Ich kann das vollen Rohren schiessen, auch die Kunden, die wir übertreuen. Wir haben in den letzten dreieinhalb, knapp vier Jahren über 350 mittlerweile Kunden, 350 in der Größenordnung betreut und wir haben da sehr, sehr viele Dinge gesehen. Das heisst, ich weiss genau, wovon ich spreche, aus Erfahrung raus. Und die Frage ist natürlich, wie geht es besser? Wir haben zum Beispiel bei uns auch den Sparplan auf Steroid, der fokussiert sich hauptsächlich auf Bitcoin. Du kannst Leverage-Strategien umsetzen, fokussiert zum Beispiel auf Bitcoin oder auf Ethereum. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Es braucht viel, bis du da bist, bis du das verstehst und sicher umsetzen kannst. Aber wenn du es hast, dann ist es einen klaren Fokus auf wenige Investments, auf wenige Strategien und nicht hier so ein wildes Altkorn-Portfolio, was du sowieso nicht kontrollieren kannst. Jetzt habe ich genug gerantet wieder an dieser Stelle, aber ich musste das auch wieder loswerden, weil du brauchst viel, 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 viel mehr Rendite, um dein minus 87% Investment wieder break-even zu bringen. Das heisst, lerne auch, in den Verlusten zu verkaufen, wenn ein Investment keinen Sinn mehr ergibt. Lerne die richtigen Strategien. Mehr Fokus anstelle Hokuspokus. Du kannst mir gerne mal kommentieren, ob dir dieses Video hier, dieser Tipp hier auch geholfen hat.